Ob man in dieser Spielhölle, die man hier im Hintergrund sehen kann, tatsächlich zum Held mutiert, das ist so eine Sache. Ob man an der Spielhölle der Börse, wollen wir sie nicht Spielhölle nennen, denn das wird dem Begriff nicht wirklich gerecht, ob man dort zum Held aktuell wird, das hängt natürlich nicht ganz unmaßgeblich auch davon ab, ob der Kurs jetzt tatsächlich noch weiter nach oben geht oder nicht. Aktuell sieht es gar nicht so übel aus. Die Indizes kommen ja mehrheitlich wieder nach oben. Auch der DAX ist nach oben auf dem Weg. Der amerikanische Markt ist auf dem Weg nach oben. Aber ich sage mal, den Nagel haue ich in die Wand. Es ist dünnes Eis, auf dem wir uns da bewegen. Denn wir sind ja schon sehr weit gelaufen. Und der Rücksetzer, den wir jetzt gestern auch gesehen haben, der deutet durchaus an, dass wir hier starkes Potenzial haben, auch mal mit Druck von oben zu rechnen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der ewige Anstieg, naja, so wollen wir ihn nicht nennen, aber der Anstieg, den wir jetzt über die letzte Zeit hatten, dass der auch mal ein Ende findet, dafür spricht aktuell relativ vieles. Das muss nicht notwendigerweise heute sein. Im Gegenteil, es sieht ja aktuell stark aus. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Ein Grund wäre beispielsweise heute Nachmittag 13.30 Uhr deutscher Zeit. Da gibt es nämlich die Arbeitsmarktzahlen aus Amerika und zwar die wichtigen, die immer am Monatsanfang veröffentlicht werden. Die Non-Farm-Pay-Rombs werden schwächer erwartet als zuvor. Die Arbeitslosenquote, die wird mit 3,6 nach zuvor 3,5 erwartet. Also insgesamt ein nicht so optimales Bild. Ist das jetzt positiv oder negativ für die Börse? Naja, das ist schon eingepreist. Wir müssen nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt noch, wenn das in etwa so rauskommt, für Sorge eben gereicht ist. Es ist durchaus denkbar, dass das alles in Ordnung ist noch. Ist das positiv oder negativ? Wir wissen, dass die FED darauf reagieren wird. Und wenn es wirklich ganz schlechte Nachrichten sind, wird die FED mit Sicherheit gegensteuern. So ist zumindest mal im Moment so die Aussage. Und deshalb vielleicht nicht so schlecht. Deshalb ist gar nicht so schlecht zu wissen, dass am Nachmittag, am späten Nachmittag in Deutschland noch mal Reden erwartet werden von verschiedenen FED-Membern, also von den Offenmarktausschussmitgliedern sozusagen. Und da kann es sein, dass die eine oder andere Stellungnahme auch zu den aktuellen Daten dann eben noch mal fällt. Also wer will, kann das gerne mitverfolgen. Wer nicht will, sollte aber zumindest wissen, dass er am Nachmittag ein bisschen shaky werden könnte, sprich in den Abendstunden Europas ein bisschen wackelig noch werden könnte und vielleicht, dass ich was daraus ableiten kann. Deshalb hat auch der heutige Schluss eine gewisse Indikatorwirkung. Wenn nämlich mehr Leute sagen, ich traue mich wieder übers Wochenende, das ist ja immer so die Frage, aber jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht noch deutlicher, wenn mehr sich übers Wochenende mit Positionen trauen, und sprich es keine Abverkäufe mehr gibt nach dem jüngsten Anstieg jetzt in den letzten Stunden, dann ist das gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Wenn es dann doch gegen Ende noch mal runter geht, wäre das für all diejenigen, die auch am Wochenende mal die Planung für die nächste Woche machen wollen, sicherlich nicht das beste Zeichen. Also darauf achten, vielleicht nach DAX Schluss, aber in den Abendstunden in Europa, ob der Markt dann noch mal ein bisschen wieder runter kommt oder nicht. Gold wahnsinnig gestiegen, sehr, sehr schön die Position dort, lässt vermuten, dass wir eigentlich den neuen Bullenmarkt schon wieder haben. Das ist ja die gute Nachricht. Warten Sie darauf, ob der Markt ein bisschen wackelig runterkommt. Das wäre jetzt für mich das ganz klare Kaufsignal, wenn der Markt jetzt nach unten relativ schwach sich entwickelt. Das wäre so eine Bullenflagge sozusagen in der Richtung, dann hätten wir ein sehr gutes Indiz dafür, dass der Markt anschließend dann doch sich wieder nach oben noch mal wieder fortsetzt. Das ist aber abzuwarten, nicht jetzt einfach nur reingehen und sagen, oh, jetzt ist schon so stark gestiegen, da springe ich doch jetzt noch mal auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man so den letzten Rest dieser Aufwärtsbewegung noch mitlutscht sozusagen und ansprichend nach unten rutscht. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. So, damit haben wir fast alle Märkte durch. Eine wichtige Uhrzeit, noch 15 Uhr heute, da gibt es den Manufacturing ISM. Das ist ebenfalls ein Index, der dafür hergeleitet werden kann, wie die Stimmung aktuell ist. Der wird besser erwartet als zuvor, etwas höher. Also insofern keine ganz schlechten Nachrichten von dieser Seite. Ob das reicht, den Markt maßgeblich zu beeinflussen, werden wir sehen. Aber im Zusammenspiel der heutigen Nachmittags Nachrichten sozusagen, kann das zumindest mal für eine gewisse Richtung eben noch mal sorgen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute jetzt erstmal noch mal viel Erfolg an der Börse. Drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da auf der richtigen Seite sind. Hoffe, dass Sie ein wunderschönes Wochenende haben. Und nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn nicht vorher, nachher noch im Markt. Bis dahin, alles gut.